Freunde, es ist nun endlich soweit, das Oni 2.0 Bundle wurde soeben veröffentlicht. Also zumindest kam der Trailer für das Bundle raus und wir wissen nun endlich, was für Waffen alles mit dem Bundle erscheinen werden. Dazu haben wir auch gleich erstes Gameplay mit den Waffen und all das zeige ich euch jetzt im Laufe des Videos. Im Hintergrund seht ihr schon den Trailer und somit auch jetzt die erste Waffe, nämlich die lang erwartete Oni Vandal. Das Bundle wird auch ebenso eine Oni Bulldog haben. Eine Oni Aris ist die dritte Waffe, die kommt. Und als letzte Waffe, bevor wir zum Knife kommen, kommt noch eine Oni-Francy. Und zu guter Letzt, wie wir es auch schon von dem Teaser wussten, kommt das Oni-Katana. Und das ist soweit alles, was mit dem neuen Oni 2.0 Bundle kommen wird. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Skins. Mein Favorit ist auf jeden Fall die Wellen und das Knife. Der Rest ist auf jeden Fall für mich eher so mit, weil es auch generell Waffen sind, die man nicht so oft spielt. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das komplette Bundle findet. Für mich auf jeden Fall, ich würde mal sagen, so grob eine 7 von 10. Zum genauen Preis des Bundles weiß man leider noch nichts. Ich denke mal so, dass es um die 7.000, 8.000 Valorant Points kosten wird. Und erscheinen wird es in circa eine, anderthalb Wochen zu Episode 6, Akt 2. Und dann würde ich sagen, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da und einen kostenlosen Abo, um auch zukünftig nichts mehr zu verpassen. Schreibt auch gerne meinen Discord-Server, Link dazu ist in der Videobeschreibung, ebenso zu meinem Livestream, zu meinem Twitch-Account. Und da würde ich sagen, Freunde, hören wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream.